Ja, hallo, willkommen bei Müller Immobilien auf der Seite müller-immo.com in Wildeshausen im schönen Eumore-Land. Mein Name ist Michael Müller, ich bin 42 Jahre jung, bin Geschäftsführer und Gesellschafter. Wir bieten einen Service rund um die Immobilie, angefangen von Verkauf, Ankauf, Vermietung, Verwaltung, das betreute Wohnen für Senioren und Immobilienbewertungen. Schauen Sie auf unsere Homepage oder kommen Sie direkt zu uns nach Wildeshausen an Investing 19 und besuchen uns auf eine Tasse Kaffee. Wir binden für Sie ein Rundum-Sorglos-Paket. Bis dahin, ich würde mich freuen. Tschüss!